Hallöchen und Willkommen zurück beim Mass Effect 1 der Legendary Edition. Wie ihr bereits wisst, es geht los und zwar sind wir beim Tagebucheintrag. Tatsächlich keine Nebenmissionen mehr, alles ist weg. Hauptmissionen haben wir nur noch Wyrmire. Nach Wyrmire kommt die Endmission, die noch spannender ist als Wyrmire. Wir werden direkt durchstarten. Erstmal recht herzlichen Dank an alle meine neuen Abonnenten von Mass Effect. Herzlich Willkommen und freut mich, dass ihr euch für Mass Effect genauso gut interessiert, also genauso interessiert wie ich. Das Spiel ist einfach der Wahnsinn, eines der besten Rollenspiele, die ich je gespielt habe, mit Shooter, 4th Person Shooter drin. Fähigkeiten einfach klasse. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, den ich dann mit euch durchstarten werde. Hin und wieder, ich habe ein paar kleine Änderungen. Ich werde nur noch dieses Spiel erstmal spielen, bis es zu Ende ist. Hin und wieder, sollte ich genug Aufnahmen im Petto haben, werde ich natürlich The First Descented weiter hochladen. Das mache ich auf jeden Fall, nur bei mir wird die Zeit immer knapper mit meiner Arbeit, mit Familienleben etc. Wir sind auch gerade noch mitten in der Renovierung, deshalb bleibt das etwas auf der Strecke. Man muss ja seine Prioritäten setzen können. Auf jeden Fall werde ich die Spiele mit euch auf jeden Fall noch spielen und ich werde tatsächlich auch wieder Horrorspiele spielen. Ich weiß bloß noch nicht wann, aber die kommen auf jeden Fall. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Ich stelle durch. Wir haben eben ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geht-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett Ende. Nun denkt doch nicht nur an die Menschen, Hackett. Mensch. So. Wirrmeyer kann beginnen. Oh, das wird so eine spannende Mission. Ich freue mich riesig mit euch da durch zu starten. Hier haben wir Wirrmeyer. Erstmal fliegen wir in das System. Da werden wir ein paar spannende Hintergrundgeschichten erfahren. Warum Saren so ist. Seine Beweggründe. Das Geheimnis um sein Schiff. Alles Mögliche. Für die, die das Spiel natürlich noch nicht kennen. Für die, die es schon kennen, die wissen natürlich, was jetzt gleich kommen wird. Aber es wird nie langweilig. Wie gesagt, ich habe schon dutzende Male dieses Spiel gespielt. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich denke, privat werde ich dieses Spiel definitiv wieder spielen. So. Starten wir mal durch bei Wirrmeyer. Wir landen. Und auf geht's. Schöne Gegend auf jeden Fall. Aber eine sehr lange Mission. Wir werden auf jeden Fall unsere beiden Leute hier mitnehmen. Tali und Gareth. Da die Technik Wissen haben und wir jetzt vermehrt gegen die Gate antreten. Klar, Rex als Frontschwein wäre natürlich richtig geil. Aber... Ja... Der ist halt Nahkampf. Der bringt mir nicht viel. Deshalb die beiden... Für die habe ich mich entschieden. Eigentlich entscheide ich mich eigentlich nur für die beiden. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Oh, Jukot. Der hat Zoll drauf. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern vor Ort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Joker, Ende. Wir fahren los. Wie ihr seht, das Radar ist schon rot. Wir werden hier wieder einige Gegner bekommen. Genau umgucken. Ich meine, waffentechnisch sind wir gut ausgerüstet. Da brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Nur die Dinger hier, da müssen wir aufpassen, diese fliegenden Dinger. Die sieht man kaum. Die sind echt klein. Warum eierst du denn jetzt hier so rum? Was will das kleine Würmchen von mir? Ah, die können sogar Raketen abschießen, die Schweine. Wie geht's denn nicht? Das Problem mit dem Marco. Mal locker platt. Also ihr bekommt nur nochmal Erfahrungspunkte ohne Ende. Ich würde euch auf jeden Fall raten, nehmt jeden Gegner mit. Falls ihr noch nicht so hoch gelevelt haben solltet. Ganz wichtig. Da ist ein Schutzschild gewesen. Ist halt nur doof, das Radar ist blockiert. Das passt mir gar nicht. Bedeutet, hier sind irgendwo ganz viele G. Erst wenn alle vernichtet sind. Ja, genau. Da sehen wir unser Radar vollständig. Das war immer noch nicht der letzte. Okay, wo haben wir denn noch welche? Oho! Scheiße, ich stehe. Ohne. Ohne. Ein Leveler. Perfekt. Weg. Weg. Hey, weg mit dir. Erstmal von weit entfernt schauen. Ich sehe keine. Aber wir müssen hier rein. Oho! Versteckst du dich denn? So, jetzt müssen wir nämlich nach oben. Oh, schießt hier hin. Darf ich das mal erfahren? Ah ja. Weg mit dir. Und mit dir. Wir sollen schließlich jetzt die Geschütztürme ausschalten. Oh, ne. Boah, sind die nervig. Kleinen krampelnden Ding. Ich hasse die. So. Schwere Dichilfrierung. Was bekomme da so schönes raus? Muss man halt nur immer so viele Knöpfe drücken. So. Aber wir haben Schredder bekommen. Sehr gut. Okay. Wir sind anscheinend auch in der falschen Seite. Einfache Dichilfrierung. Alles klar, die nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Die Equalizer bekommen. Hä? Wir müssen doch das Geschützturm hier zerstören. Abschalten. Anscheinend geht das hier gar nicht. Okay. Dann waren wir umsonst hier. Dann war das nur so ein kleiner Zwischenstopp. Oh, 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 ein Koloss. Nicht gut, nicht gut. Koloss, nix gut. Aber was für ein Koloss. Heiligsblechle. Da hast du aber viel ausgehalten. Da haben wir einen kleineren. Die halten nicht so viel aus. Und weg. Jetzt haben wir hier auf der Seite auch noch welche. Aufpassen. Einer ist mal weg. Zweiter ist auch weg. Nicht treffen lassen. So, jetzt können wir uns entscheiden. Gehen wir links oder rechts lang? Ich denke mal, wir gehen hier erst mal lang. So oder so müssen wir sowieso alle abschalten. Tschüss. Jetzt geht das wieder los mit diesem blöden... ich verziehe mich danke schießen unten durch einfach sicherer ganze 1800 erfahrungspunkte für einen riesen kohler wie gesagt weil wir ja bekommt man die meisten erfahrungspunkte einfach nur weil irgendein geht nach dem anderen ein ernst kleiner millimeter da ist das erste geschützturm wie ihr seht wir fahren aber jetzt noch mal diese richtung schauen ob hier vielleicht noch ein paar g zum stiefen seht ihr da wäre die sichere seite jetzt gewesen von da sind wir gekommen bloß gut dass wir links rumgegangen sind aber schön viel erfahrungspunkte das könnten wir eigentlich auch mal wir müssten tatsächlich gegen organische wir brauchen synthetisch das war gift schaden schild umgehung gar nicht da wolfgang das packen uns jetzt rein perfekt rüstung bekommen wir leider auch gar keine bessere mehr granaten aber sprengstoff drin das ist okay ansonsten schaut mal hier haben wir noch einen platz frei hyper schalauf mehr schaden ist okay aber wir sollten unsere squad mitglieder mal ausrüsten perfekt das ist die crossfire im übrigen eines der besten sturmgewehre die ihr so finden könnt der kriegt auch wolfrahm rein lauf verlängerung vier ist aber nicht gerade so kampf optiken ähm kinetische spule 6 prozent schaden kannst du gerne nehmen und die kampf optiken ähm gibt nicht mehr viele waffen die ich denen ausrüsten kann da haben wir noch die striker hier hat der etwas mehr schild äh ist doch zu gott sind die hat schon außer die karpov dann die und ansonsten haben wir hier nichts mehr nehmen wir die survivor rein hier haben wir noch ein paar punkte zu vergeben und jetzt können wir weiter gehen zack zerab da ist unser ziel commander tschüss spinnst du ich hab da gar keine chance gegen den markt oh ich hab einen getroffen nice ich versuch mal ob ich von hier unten noch ein paar treffe aber sieht nicht so aus ok wir müssen da rein ob wir wollen oder nicht aber geht schnell weil jetzt haben wir ja den wolfram drin wir sollten die geht im allgemeinen nicht lange überleben ja laden na ah ich schmecke schon wieder sanaten ich vergesse immer dass ich hier nicht nachladen muss so jetzt geht es hier einmal ums Eck easy mit wolfram torsteuerung flack ich sehe dass die haupteinheit offline ist commander nähern uns jetzt der salarianer basis an out wir warten auf ihren befehl commander shepherd kann man hier runterspringen nein schade muss man echt den ganzen weg laufen ah runterspringen wäre jetzt wesentlich einfacher gewesen aber naja man kann ja nicht alles halten Türsteuerung habe ich ich hab doch die Türsteuerung aktiviert jetzt kann ich ja schon wieder hoch du musst die Türsteuerung wieder mal aktivieren obwohl ich es ja eigentlich schon gemacht habe so geschütztürme sind auf jeden fall deaktiviert zum glück äh ich hab's übersehen mit einer mittelschwere dich zack perfekt oh schrotflinder amageddon 10 soweit sind wir schon angekommen ähm bedeutet die macht echt damage nehmen wir direkt mal rein ja das bringt mir nicht viel Moment mal leicht leicht ja aber für die haben wir hier leider nix alles klirchen dann geht's jetzt zurück zum Marco und dann sind wir doch schon soweit dann können wir endlich loslegen ich glaube wir müssen erst zum treffpunkt bevor wir wirklich in die Basis von Saren reingehen und am treffpunkt war glaube ich die Situation da ist die Normale so äh jetzt muss ich jetzt muss ich hier schon wieder aussteigen nur wegen dieser blöden Türsteuer rum das ist doch ein bisschen Haare waufen ist das doch so so Geschichte kleine 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 kiste also die waffen stufen oh oh Wernern nicht gleich so los Bruder was los schwere tischgefrierung Die Waffenstufen gehen bis 10. Römische Zahlen. Müssen wir aber echt genug haben. Ja, aber ich glaube, es kommen noch ein paar Gs. Nee, doch nicht. Okay. Haben wir noch mal Schwein gehabt, oder? Auf geht's. Die Mission ist echt spannend. Auf geht's. Ich glaube, kein Gegner kommt auch nicht mehr. Da vorne sollte der Stützpunkt sein. Hui. Einmal springen. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. War klar. Warum müssen die immer auf einen, war? Ich bin doch bloß Inspektor. Da ist das Camp. Da sind die Salarianer. Auf geht's. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, drittes Infiltrationsregiment STG. Sie und ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines Zehn-Meilen-Radius wurde von ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon geht. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Gates sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen, sagen... Jetzt geht's los. Die Gates sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee? Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Können Sie sich an Commander Rentola wenden? Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Natürlich können wir ihm vertrauen. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Ja, das muss er. Tali, deine Pilgerreise ist so gut wie beendet. Oh, Phoenix 10. Macht nicht gerade sehr viel mehr aus. Mit Rex muss man auf jeden Fall noch... Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit... Ja, lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu... Oh, Kanaten-Upgrade. Und eine Lizenz. Wofür wir die eigentlich noch brauchen? Keine Ahnung. Ähm. Na gut, mehr hat er eigentlich nicht, aber... Und nochmals Hallo, Mensch. Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Aber wir können verkaufen. Rüstungs-Upgrade. Midi-Exoskelett. Die Rüstungs-Upgrades muss ich zuerst mal anschauen. Ich habe ja Schildmodulator 7 drin. 4,5 Pro... 4,5 Gesundheitsrenegration, Giftresistenz plus Reduzierung auf Abkühlung. Schadenschutz. Schildrenegration, Schilde und mobile Präzision. Ich glaube, ich werde das hier... Auf jeden Fall. So. Und nochmals Hallo, Mensch. Und jetzt können wir... Lassen Sie mal sehen. Aber freuen Sie sich nicht zu... ...verkaufen. Einmal durchzappen. Oh, ich brauche gar nichts zu kaufen. Wir haben das Maximum an Credits erreicht. Hier ist sonst nix, ne? Es wird kein Leid... Rex Verhalten gefällt mir nicht. Wenn ich mit dem jetzt spreche, geht's los. Rex schießt auf irgendwas im Wasser. Aber erstmal gehen wir hier noch ins Zelt. Haben wir hier noch was? Ich mache mir Sorgen, dass Rex Loyalität ihnen gegenüber bröckeln könnte. Nein, die haben seine Familienrüstung gefunden. Das sollte eigentlich alles gut gehen. So, Rex, auf geht's. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden. Und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden Sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war Ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, Sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich Ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Oh. Rex, diese Kroganer sind nicht Ihr Volk. Es sind Saren Sklaven. Marionetten. Ist es das, was Sie sich für Sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shabbat. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Geschafft. Oh, ich krieg Gänsehaut bei dieser Melodie. Diese Salarian... Sagen Sie einfach nur Bescheid. Bei all diesen Abwehrmaßnahmen muss Saren etwas Gewaltiges verstehen. So. Wir können durchstarten eigentlich. Ki-ra-hi. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20 Kilotonnenbombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem thurianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber Ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern. Obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Jetzt geht's los. So, die brauchen auf jeden Fall... Also wir brauchen jemanden, der die Bombe in die Luft so scharf macht. Das wäre Kaidan, weil er auch Technik hat. Ashley ist eher das Frontschwein. Die ist eigentlich gut dafür, für die Ablenkungen. Also werden Sie Kaidan nicht mitnehmen. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Einige. Die Normandy wird mich abholen. Wir werden Ihre Teams der Explosion entkommen. Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Eigor, Manovai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des sahlarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normen die Landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam. Die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Ich... Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf. Halten Sie die Augen offen. Und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Jetzt kommt erst mal eine richtige Ansage. Ich habe von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal Liera mit, denn wir werden mit vielen Kluen zu tun haben. Und wir werden auch Irtnat Rex mitnehmen. Den Frontschwein brauchen wir in den kleinen Räumen auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Ja, genau. Kommt noch alles, aber als allererstes, die Folge ist leider schon zu Ende. Der erste Teil von Vermeier hat ein Ende gefunden. Wir werden im zweiten Teil die Basis stürmen und hoffe, dass das auch in eine Folge reinpasst. Wir werden uns ein wenig dranhalten müssen. Dann geht es auch schon zur Endmission. Ich freue mich riesig und erstmal herzlichen Dank an alle meine neuen Abonnenten nochmal. Ihr unterstützt mich wirklich. Ich freue mich riesig, dass ihr euch genauso für das Spiel interessiert wie ich. Und natürlich ein Däumchen für das Video nach oben, wenn euch das gefallen hat, um den Algorithmus etwas nach oben zu treiben, um mich weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Aktiviert natürlich die Glocke obendrauf, wenn ihr möchtet, um immer wieder die neuesten Folgen von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Ben Kalypse. Ciao, ciao.